Textbuch Kapitel 3 Die unschuldige Wahrnehmung Nummer 5 Jenseits der Wahrnehmung Seite 44 bis 46 Ich habe gesagt, dass die Fähigkeiten, die du besitzt, nur Schatten deiner wirklichen Stärke sind und dass die Wahrnehmung, die von Natur aus urteilenden Charakter hat, erst nach der Trennung eingeführt wurde. Niemand ist sich seitdem irgendeiner Sache sicher gewesen. Ich habe auch klargemacht, dass die Auferstehung, die durch die Vereinigung meines Willens mit dem meines Vaters vollbracht wurde, das Mittel für die Rückkehr zur Erkenntnis war. Wir können jetzt eine Unterscheidung treffen, die einige unserer späteren Aussagen erhellen wird. Seit der Trennung sind die Worte erschaffen und machen verwechselt worden. Wenn du etwas machst, tust du das aus einem bestimmten Gefühl des Mangels oder einem Bedürfnis heraus. Alles, was für einen bestimmten Zweck gemacht wird, lässt sich nicht wahrhaft verallgemeinern. Wenn du etwas machst, um einen von dir wahrgenommenen Mangel abzuhelfen, so drückst du damit stillschweigend aus, dass du an Trennung glaubst. Das Ego hat zu diesem Zweck viele raffinierte Denksysteme erfunden. Keines davon ist schöpferisch. Einfallsreichtum ist verlorene Mühe, sogar in seiner raffiniertesten Form. Der höchst konkrete Charakter der Erfindung ist der abstrakten Schöpfungskraft von Gottes Schöpfung nicht würdig. Erkenntnis führt, wie wir bereits erwähnt haben, nicht zum Tun. Die Verwechslung deiner wirklichen Schöpfung mit dem, was du aus dir gemacht hast, ist derart tiefgreifend, dass es dir buchstäblich unmöglich geworden ist, irgendetwas zu erkennen. Erkenntnis ist immer stabil und es ist ganz offensichtlich, dass du es nicht bist. Und trotzdem bist du vollkommen stabil, so wie Gott dich schuf. In diesem Sinne stimmst du, wenn dein Verhalten instabil ist, mit der Idee nicht überein, die Gott von deiner Schöpfung hat. Du kannst das tun, wenn du willst. Doch würdest du dies kaum tun wollen, wenn du in deinem rechtgesinnten Geist wärst. Die fundamentale Frage, die du dir fortwährend stellst, kannst du streng genommen gar nicht an dich selber richten. Du fragst dich immer wieder, was du denn eigentlich bist. Das setzt nicht nur voraus, dass du die Antwort kennst, sondern auch, dass es bei dir liegt, sie zu geben. Dabei kannst du dich selbst gar nicht richtig wahrnehmen. Du hast kein Bild, das wahrgenommen werden kann. Das Wort Bild ist immer wahrnehmungsbezogen und kein Teil der Erkenntnis. Bilder sind symbolisch und stehen für etwas anderes. Die Vorstellung, dein Bild zu verändern, erkennt die Macht der Wahrnehmung an. Aber sie besagt auch implizit, dass es nichts Stabiles zu erkennen gibt. Erkenntnis steht nicht der Deutung offen. Du kannst zwar versuchen, Bedeutung zu deuten, doch steht dies stets dem Irrtum offen, weil sich die Deutung auf die Wahrnehmung der Bedeutung bezieht. Solche Ungereimtheiten sind die Folge von Versuchen, dich gleichzeitig als getrennt und als nicht getrennt zu sehen. Es ist unmöglich, eine derart grundlegende Verwechslung vorzunehmen, ohne deine allgemeine Verwirrung noch zu vergrößern. Raffinesse ist von der Erkenntnis völlig geschieden, weil Erkenntnis keiner Raffinesse bedarf. Raffiniertes Denken ist nicht die Wahrheit, die dich freimachen wird. Du aber bist frei von dem Bedürfnis, dich darin zu bestätigen, wenn du bereit bist, es loszulassen. Das Gebet ist eine Art und Weise, um etwas zu bitten. Es ist das Medium der Wunder. Das einzige bedeutungsvolle Gebet aber ist das Gebet um Vergebung, weil die, denen vergeben worden ist, alles haben. Wenn die Vergebung einmal angenommen worden ist, wird das Gebet im üblichen Sinn völlig bedeutungslos. Das Gebet um Vergebung ist nichts anderes als eine Bitte, dass du fähig sein mögest, wiederzuerkennen, was bereits dein ist. Mit der Wahl der Wahrnehmung anstelle der Erkenntnis hast du dich in eine Lage versetzt, in der du deinem Vater nur dadurch gleichen kannst, dass du nach Art der Wunder wahrnimmst. Du hast die Erkenntnis verloren, dass du selbst ein Wunder Gottes bist. Die Schöpfung ist deine Quelle und deine einzige wirkliche Funktion. Die Aussage, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde und nach seinem Ebenbild, muss neu gedeutet werden. Bild kann als Gedanke verstanden werden und Ebenbild als von gleicher Beschaffenheit. Tatsächlich schuf Gott den reinen Geist nach seinem eigenen Gedanken und mit einer Beschaffenheit, die seiner eigenen gleich ist. Es gibt nichts anderes. Wahrnehmung dagegen ist ohne einen Glauben an mehr und weniger unmöglich. Auf jeder Ebene setzt sie Selektivität voraus. Wahrnehmung ist ein fortwährender Prozess des Annehmens und Zurückweisens, Ordnens und Neuordnens, des Wechselns und Veränderns. Bewertung ist ein wesentlicher Bestandteil der Wahrnehmung, weil Urteile nötig sind, um auswählen zu können. Was geschieht mit Wahrnehmung, wenn es keine Urteile gibt und nichts als vollkommene Gleichheit? Alles, was zu ihr gehört, ist gleichermaßen wahr und einen Teil von ihr erkennen heißt, sie ganz erkennen. Nur die Wahrnehmung beinhaltet ein partielles Bewusstsein. Die Erkenntnis transzendiert die Gesetze, die die Wahrnehmung beherrschen, weil partielle Erkenntnis unmöglich ist. Sie ist gänzlich eins und hat keine getrennten Teile. Du, der du in Wirklichkeit eins mit ihr bist, brauchst nur dich selbst zu erkennen. Dann ist deine Erkenntnis vollständig. Gottes Wunder zu erkennen heißt, ihn erkennen. Vergebung ist die Heilung der Wahrnehmung der Trennung. Deinem Bruder richtig wahrzunehmen ist notwendig, weil jeder Geist beschlossen hat, sich als getrennt vom Anderen zu sehen. Der reine Geist erkennt Gott vollständig. Darin liegt eine wunderbare Macht. Die Tatsache, dass ein jeder vollständig über diese Macht verfügt, ist ein Umstand, der dem Denken der Welt völlig fremd ist. Die Welt glaubt, dass nichts übrig bleibt, wenn irgendjemand alles hat. Gottes Wunder aber sind so total wie seine Gedanken, weil sie seine Gedanken sind. Solange die Wahrnehmung besteht, hat das Gebet seinen Platz. Da die Wahrnehmung auf Mangel beruht, haben diejenigen, die wahrnehmen, die Sühne noch nicht total angenommen und sich selbst der Wahrheit übergeben. Die Wahrnehmung gründet auf einem Zustand der Trennung, sodass ein jeder, der überhaupt wahrnimmt, Heilung braucht. Kommunion, nicht das Gebet, ist der natürliche Zustand derer, die erkennen. Gott und sein Wunder sind unzertrennlich. Wie schön sind wahrlich die Gedanken Gottes, die in seinem Lichte leben. Dein Wert liegt jenseits der Wahrnehmung, weil er jenseits des Zweifels liegt. Nimm dich selbst nicht in einem immer wieder anderen Licht wahr. Erkenne dich selbst in dem einen Licht, in dem das Wunder, das du bist, vollkommen klar ist. Zweifel. Alles, was alle, die sagen, Weil es uns nicht in einem Licht mehr vertraut, gibt es uns nicht in einem Licht. Wunder. Viel Spaß. Für mich. Trömmel ist hier ein Engel, Schlemmel. Schlemmel. Beschlemmel.